Ja, einen schönen guten Morgen. Ich würde heute ganz gerne eine Erfahrung weitergeben, weil ich in der letzten Zeit zum Beispiel auf Twitter oder auch in Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen feststelle, dass die Organisation vor allen Dingen von gemeinsamer Online-Lehre ein schwieriges Thema ist. Im Moment arbeiten wir alle mit dezentralen Tools und nicht mit einer integrierten Lösung. Eine integrierte Lösung wäre zum Beispiel Microsoft Office 365 oder Google Suites. Damit arbeitet aber niemand, sondern wir arbeiten alle mit Einzellösungen und stellen uns die Frage, wie wir die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Bestandteilen gut organisieren können. Der meiste Aufwand, den wir im Moment haben, ist der für Organisation von Kommunikationsabläufen. Viele von euch und Ihnen favorieren das so, dass Sie sagen, wir nehmen mit allen Studierenden zum Beispiel via E-Mail Kontakt auf und verschicken dann zum Beispiel Einladungslinks. Und diese sollen alle Studierenden zum Beispiel in einen Konferenzraum ziehen, also in eine Videokonferenz. Und jetzt ist es allerdings so, dass der eine arbeitet mit Zoom, ein anderer mit Jitsi und wiederum jemand mit, was weiß ich nicht, GoToMeeting. Es ist vorprogrammiert, wenn Sie als Studierender am Tag 20 E-Mails bekommen zu unterschiedlichen Videokonferenz-Tools, dass dann der eine oder andere auf dem Weg verloren geht und nicht in dieser Videokonferenz erscheint. Ein anderes Problem ist, wenn einfach eine E-Mail aus welchem Grund auch immer nicht zugestellt wird. Die Gefahr dafür steigt, weil wir jetzt alle sehr viel mehr E-Mails verschicken, auch über unsere privaten Adressen und über unsere Uni-Adressen. Und das in dem ein oder anderen Mail-Programm zum Beispiel schon als Spam identifiziert werden könnte. Also das heißt, für den Fall, dass dann jemand nicht zu dieser Videokonferenz dazukommt oder dass diese Videokonferenz aus technischen Gründen nicht möglich ist, gibt es keine Lösung, mit allen gemeinsam einen Kommunikationsraum aufzubauen, bei dem man sich wieder trifft. Deshalb, und das liegt ganz einfach daran, dass die E-Mail ein asynchrones Format ist. Das heißt, Sie brauchen also eine Zwischenposition, die Ihnen das ermöglicht. Und das ist ein Raum, der synchrone und asynchrone, jetzt ist mein ausgerechnet, jetzt ist meine Tinte alle, das gibt es ja nicht. Fuffee-Effekt. Also, ich sage mal nur Farber-Kastell. Also, Sie brauchen einen Raum, der sowohl asynchrone Kommunikation als auch synchrone Kommunikation ermöglicht. Und von dem aus, Sie im Bedarfsfall nach Zoom gehen können oder nach GoToMeeting oder nach Jitsi oder in andere virtuelle Arbeitsräume, Pausenräume und so weiter. Und dieser asynchrone und synchrone Platz ist im traditionellen Sinne, im Wortsinne, ein Forum. Das heißt, ein Marktplatz, der die zentrale Anlaufstelle bildet und von dem aus Sie unterschiedliche Angebote etablieren können, aber immer wenn eines nicht funktioniert, Sie sich auf diesem Marktplatz, auf diesem Forum wieder treffen können. Meiner Erfahrung nach sind dafür, also wir benutzen in Dresden dafür den Matrix-Web-Messenger, ja. Aber genauso gut geeignet sind Telegram, Signal, Threema und wenn Sie gar nichts anderes haben, auch wenn mir dafür fast die Hand abfällt, WhatsApp. Ja, also das sind alles Möglichkeiten, mit denen Sie so ein asynchrones, synchrones Forum etablieren können, das immer als Backfall-Lösung geeignet ist, wenn eine der technischen Möglichkeiten nicht umsetzbar ist. Denn wenn Sie nur auf ein asynchrones Format wie die E-Mail setzen, verlieren Sie im Zweifelsfall alle jene, die hier sich in einer Gruppe bewegt haben und nicht zurückfinden oder diesen Punkt nicht erreichen. Jetzt das Problem, um ein solches Forum zu etablieren, brauchen Sie sehr viel Commitment und sehr viel Arbeit. Ich kann Ihnen nur raten, investieren Sie diese drei Wochen, die Sie dafür brauchen, um allen klarzumachen, dass dieses Forum, dieser Raum, die asynchrone und synchrone Kommunikation ermöglicht, der zentrale Anlaufpunkt für Ihre Lehre ist. Denn dann müssen Sie nicht mehr auf das asynchrone Format E-Mail setzen, sondern Sie können hier von diesem Punkt aus, zum Beispiel in einem festen Zeitslot, wenn Ihre Lehrveranstaltung startet, immer Ermöglichungsräume öffnen, aber Sie haben immer wieder einen zentralen Anlaufpunkt, an dem Sie sich alle treffen können oder auch man Fragen stellen kann, wenn man Probleme hat. Also, wenn Sie keinen Matrix-Web-Messenger an Ihrer Universität zur Verfügung haben, prüfen Sie, welche anderen Varianten Sie benutzen können. Telegram, Signal, Threema, WhatsApp. Es sollten Messenger sein, denn erstens lassen diese sich meistens schnell auf Clients am PC bedienen und zweitens am Smartphone nutzen. Und ein Smartphone haben erfahrungsgemäß alle Studierenden. Ja, also noch mal ganz kurz. Etablieren Sie ein Forum, einen virtuellen Marktplatz und treffen Sie sich dort mit Ihren Studierenden für die Lehre. Dann verlieren Sie auch auf dem einen oder anderen Weg niemanden. Ja, also in diesem Sinne hoffe ich, dass das aus Erfahrung heraus ein guter Tipp ist für den einen oder anderen, der das noch nicht umsetzt. Für alle, die das schon tun, denen sage ich nichts Neues. Aber das ist eine Möglichkeit, die digitale Hochschullehrer nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Und, Klammer auf, je mehr Kolleginnen Sie davon überzeugen, auf so ein Format zu setzen, umso schneller würde es sich auch bei den Studierenden durchsetzen. Und noch ein Sprung ganz zurück. Wenn Sie Microsoft Teams oder Office 365 oder Google Suites benutzen, hätten Sie das Problem überhaupt nicht. Also in diesem Sinne glaube ich sehr daran, dass was Martin Lindner propagiert, dass sich langfristig nur Office 365 vor allen Dingen in den Schulen und Hochschulen als E-Learning-Plattformen durchsetzen wird. In diesem Sinne hoffe ich, es war eine Hilfe. Ihr Alexander Lasch Das war eine Hilfe.